hallo leute ich bin so ab jetzt beginnt der countdown heute um den ersten januar heute um ein uhr und ich wünsche euch erstmal alle frohes neues jahr ab heute jetzt bis heute den 23 uhr abends 23 uhr 30 am sonntag den ersten gilt dann diesen contest das heißt heute um ein uhr morgens den ersten januar bis um 23 uhr 30 heute abend ist dann das contest vorbei also wer sich dann nach 23 uhr 30 dann da in den kommentaren schreibt und meint ja ich mache mit bei diesen contents wer wird dann ausgeschlossen so ich wünsche natürlich diejenigen und die oder denjenigen die dann gewinnen einen frohes neues jahr und natürlich ich drücke jeden der da die daumen der denn ich dann raus fischen werde die den gewinnspiel gewonnen hat ich werde natürlich zwei leute rausnehmen also es werden immer es werden zwei leute groß gewählt also zwei gewinner oder gewinnerin und ich werde dann innerhalb von drei vier tagen je nachdem einen live video machen und quasi rausfischen wer gewonnen hat ansonsten wünsche ich all diejenigen die mitmachen viel viel glück bis bald